4, 3, 2, 1, viel Glück! Kann man auch nicht schießen, ne? Nein, noch erstmal rüberrennen auf die Insel. Dort sind Kisten mit Waffen, kleinen Waffen, Pistolen und so ein Zeugs. Und in zwei Minuten geht es dann los. Und in den Autos auch was? Müsst ihr gucken. Server Event gestartet. Viel Spaß auf Ottville. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Warum ihn da auch niemand aus dem Auto rausholt? Ich weiß nicht, aber ich finde es lustig. Aber ich suche schon die ganze Zeit lang, also so lange werde ich mich überleben. Ich weiß nicht, dass ich mich überleben kann. 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 Wenn ihr mit dem Quad umfallt, müsst ihr die ganze Strecke ablaufen und euch hier vorne an der Boxengasse ein neues Quad nehmen. Wenn ihr sterbt, seid ihr raus. Jemanden überfahren ist nicht erlaubt, nicht erwünscht, wird nicht so gern gesehen, lasst es sein. Wir fahren wieder 10 Minuten. Nach 10 Minuten zählt, wer die meisten Runden gefahren hat. Marsten zählt die Runden und schreibt sich die auf. Ist halt Team DH, Team Z, Team K und Team P dabei. Auf die Strecke schießen ist natürlich auch nicht erlaubt. Ja, und die Rallye geht los in 5, 4 und rammt euch nicht gleich am Anfang. 3, 2, 1, go! Passt'n, Toni. Dann soll ich absteigen und schießen. Ja, bitte. Du kannst dich da umdrehen und runterschießen. Ich setz' dich da rückwärts. Oh, das Feld ist schon weit auseinander. Oh, ey. Ja, der muss ein Machnit wollen. Ja, der erst platziert ist natürlich ganz cool da rüber gejumpt. Ah, super. Mir fährt der Lückerle ruhig. Bei mir auch. Denk an die NOS-Taste. Wer ist denn erster? Und so'n Ghillie-Fahrer wird. Ich wollt's nur noch mal hören. Team K? Oder? Oh, verdammt, verdammt. Und gleich so mein erster. Und nimmt er die große Rampe? Nein, er hat Angst. Das macht keiner, der bei klar verstanden ist. Hallo, wie lange noch? Und durch. Ab jetzt zählt's. Da kommt noch einer. Wer war das? E-M-H-B-A-T. Ab jetzt zählt? Ne, ab jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Wer jetzt gerade durch ist, ist Schluss. So, haben wir gerade gewonnen. Ja. D-H erster, ja. Kommt der nächste. Oh, ey, ist gut gefallen. Z-H-T hat nun sechs Runden. D-H hat acht. Töpel hat eh schon sieben. Jetzt nehme ich auch die große Lamp-Rampe. Jetzt auch acht. Ja, da haben wir D-H auf dem ersten Platz. Pöpel auf dem zweiten Platz. Ja, ja, warum? Wir sind auf dem nächsten. Z definitiv auf der drei und Kibi auf der vier. Wir sind aber unterwegs. Dafür gibt's für alle nochmal einmal die große Rampe jetzt. So, Team D-H und Team Z auf dem Quad. Die große Rampe. Die große Rampe. Dann mal los. Drei, zwei, eins, go. Die los sind drei, zwei, eins, go. Und der nächste. Däne extert. Der nächst du. Den hältst du. Der nächste. Rekimi 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 Redet die Liebe nicht losfahren. Oh, keine Ahnung. Komm her. Ich kann einen noch mitnehmen. Da kommt noch einer. Der Letzte. Der muss schön werden. Geronimo. Geronimo Jun. Geronimo Jun. Viel zu lahm Ausschnitt. Yeah. Ich hab mir das beigebrochen. Also, Leute. Ja, ihr holt euch Munition und schießen nicht ab. Ist klar. So, kurz zuhören. Da vorne, in 50 Meter Entfernung steht eine Kiste. Drumherum sind teilweise Rucksäcke zu finden. Ihr lauft dorthin, zu dieser Kiste, und rüstet euch aus. Wenn ihr ausgerüstet seid, dann, bzw. wenn ihr hier loslauft, tickt die Uhr. Ihr habt vier Minuten Zeit, zu dieser Kiste zu laufen, euch auszurüsten und zu verstecken. Und nach vier Minuten werde ich dann im Channel ansagen, PVP on. Und dann könnt ihr euch hier, auf dem Island, wo wir sind, Skaliski Island, tot schießen. Auf Wiedersehen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.